Ich werde mit Ehemann kämpfen. Es wäre jetzt OP, wenn ich Smugglers Run ziehen würde. Dann wäre ich glücklich. Wir haben einen Rogue. Okay, Rogue. Oh, der von mir Karten klaut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kann nichts machen. Den Mean Street Marshal kann ich so allein nicht spielen. Oh, das ist eine Karte. Das Licht unterstützt mich. Traurig, dass ich so spielen muss, aber es ist eine Karte. Mit der man spielen kann. Hätte ich einen Zug eher gebraucht, hm? Das ist gut gewesen. Aber gut, sie hält den Gegner ein bisschen auf. Das ist genau das, was ich haben wollte. Oh, ja. Lass die Karte mit mir sprechen. Lass die Karte mit ihm sprechen. Lass die Karte mit ihm sprechen. Bisher könnte es noch fast ein Merlock Paladin sein. Zwei Karten ziehen? Hä? Nehme ich gerne an. Oh, ja, Baby. Smuggler's Run. Hm. Oh, das nutze ich gleich. Das nutze ich direkt. Oh, ja. Das ist echt nicht schlecht. Smuggler's Run. True Selver Champion. Weil ich habe eher ein bisschen Respekt vor Talnos. Wobei, ich muss nicht. Talnos allein ist schwach. Ich muss auch dann nicht... Oh, ja. Ich mache Smuggler's Run. Na, schauen wir erst mal, was ich ziehe. Also, jetzt ist der Plan gerade. Run. Marshal. Heldenfähigkeit. Schauen wir mal. Der Gegner ist gerade eingeschlafen. Kann man da eigentlich von der Weihnachtsbeleuchtung irgendwas oder von den Weihnachtssachen irgendwas machen? Oder ist es bloß statisches... Ja, es sieht aus wie statisches. Vielleicht ist unser Gegner auch abgehauen. Auch okay. Ich habe nie was gehabt gegen Freewinds. Kann man immer mal gebrauchen. Andererseits, wir haben gerade echt ein gutes Deck. Äh, echt eine gute Hand. Könnte ich mir vorstellen. Ah, mein Gegner ist da. Okay, alles klar. Seine Maus hat sich bewegt. Vielleicht ist die Katze gerade auch am Spielen. Und ich werde von einer Katze besiegt. Oh. Ich habe so viele Optionen. Ja. Oder der Enforcer. Reicht es mir, wenn er einmal triggert? Das ist die große Gewinnspielfrage. Er müsste... Nein, nein, nein. Wir hauen den kaputt. Das ist zwar kein gutes Tempo-Play, aber Value will ich daraus generieren. Der Drake ist nicht schön. Der könnte mit seinem Drake und dem Dagger ganz einfach den Marshal loswerden. Oh, das ist gut, weil mein Schwert kann noch einen töten. Das ist ausgezeichnet. Besseren Einsatz für das Schwert kriegt man nach so gar nicht. Und BAM! Plus 6, plus 6. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Darum muss er sich jetzt kümmern. Den darf er auf gar keinen Fall liegen lassen. Okay. Und er kümmert sich auch darum. Und zwar leicht... Oh ja, ja, gut. Lass mich eine Karte ziehen. Das freut mich. Dagger ab. Kein Dagger ab. Oh, okay. Ich hätte an seiner Stelle Dagger abgemacht, würde ich mal behaupten. Ähm. Coin, aber nicht, was ihr denkt. Eine der großen Karten, nö. Jawohl. Sowas. Get em, Bolls. Sing, Triple. Wenn es wäre da gefährlich, aber ich habe extra keine der großen Achterkarten gespielt, weil da wäre... Oh ja. Weil da wäre einfach eine günstige Karte gewesen, es wieder auf die Hand zu geben. Und schon hätte das Tempo an seiner... Die Tempokontrolle erlangt. Aber das wollte ich nicht. Sehr gut. Endlich mal ein Sieg mit Buffer-Din. Eigentlich ist es ein ziemlich spaßiges Deck. Und wenn man den mal machen lässt, und der einen guten Start hinlegt, dann... Snowballt er eigentlich. Der einzige Haken an seinem Deck ist, wenn er mal im Hinter... Also wenn er mal hinten dran ist. Und keinen gebufften... Goodies auf der Hand hat, dann ist es zu Ende. Aber das sieht wieder mal schön aus. Die Hand behalten. Auch wenn ich den Marschall nicht im ersten Zug spielen werde. I can see. Nehme ich auch. Her damit. Sieg. 3,3 Gold. Und einen Blue-Gill-Warrior. Einen Gold, einen Blue-Gill-Warrior. All meine Träume. Eine goldene, blaue Fischkaulquappe, die angreift. Uther versus Throne! Der Hokage! Okay. Wir müssen ihm... Keine Ahnung. Wir müssen ihm einfach. Hmm. Gut. Argent Squire behalte ich einfach mal. Die Hand hat sich verschlechtert. Hmm. Das ist... Was will man in der Starthand haben? Äh, die ideale Starthand sieht in meinen Augen aus wie... Einmals Mangler, sondern zwei Ming-Speaker. Oh, okay. Das Licht betrifft mich. Okay. Marsha. Jetzt bräuchte ich einen Outfitter. Als nächste Karte. Das wäre nicht schlecht. Okay. Okay. Oh. Nehme ich auch. Du musst schlafen, Herr Fischkaulquette. Ja, bitte schlecht. Ja, bitte fliech. Blablabla. Ich muss mal das auf Deutsch umstellen, wie das sich alles auf Deutsch anhört. Okay, okay. Eine Menge Zeichen. Ich schaue gerade, kriegt man hier auch irgendwelche? Ne, hier ist nichts von Schnee. Gut. Das Totem verhindert, dass ich irgendwas großartig bin. Ah, das wollte er erreichen. Ja, das war der Fischka. Oh, ein Outfitter. Den hebe ich mir aber lieber mal. Den hebe ich mir auf, weil, äh, ganz ehrlich, Don Harnschel braucht keinen Buff. Nicht zwingen. Er ist gut. Ich finde Don Harnschel ist eine gute Kreatur. Jetzt ist er eine gute Kreatur. Immer noch kein Totem. Des ist ein bisschen drauf. Ich denke, ich denke, der sagt irgendwas wie Fischi. Irgendwie Yeshi oder so. Ich verstehe nicht, was er sagt. Er nuschelt schon sein Bad rein. Endlich. Oh Gott, das hat ja ewig gedauert. Ja, war die ganze Zeit gewartet. Das war aber jetzt nicht so lohnend. Greift der Face damit an? Naja. Gut, endlich mal was, was ist ein Buff lohn? Oh, Don Harnschel auf Double Gangster wäre echt sehr premium mäßig. Ich habe noch Schwerter mit der Hinterhand. Er wird jetzt wahrscheinlich meine 2-2 plätten mit seiner Waffe. Würde ich zumindest machen. Außer, natürlich hat er etwas Besseres auf der Hand. Aber ganz ehrlich, gegen 1-1. Da würde ich nichts extra reinsetzen. Ja, gegen den Rock, da nutze ich auch mal gerne eine Waffe. Face the Plane. Interessant, interessant. Überjuckt mich aber nicht so viel. Einziges Problem ist, Don Harnschel möchte lieber jemanden buffen, wenn nur ein Doppelgangster oder zwei auf der Hand sind. Also nur Doppelgangster. Das ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Okay. Okay. Gerne. Absolut gerne. Hm. Für Justiz. Andererseits. Don Harnschel geht er. Okay. Keeper of Ultima. Ja. Warum nicht? Da kommt das Hexen. Sehr gut. Dann hast du nichts, um die nächste Karte loszuwerden. Oh. Du willst Karten ziehen? Ich möchte, dass du das nicht machst. Ich möchte Karten ziehen. bleib zu mir. Stattdessen würde ich gerne Karten ziehen. Das ist in Ordnung. So. Kann man aber schon mal spielen, nicht wahr? Erstmal eine Karte ziehen. Doppelgangster. Nice one. Halt. Was mache ich hier? So, machen wir das. For Justice, sag ich nur. Oh ja, und jetzt geht die Bappe gerade los. Wonderbra, Wonderbra. Er hat jetzt eine hohe Priorität. Also die 8, 9 ist sehr gefährlich. Die 4, 4 ist extrem gefährlich über Zeit. Und die 1, 1 ist nur lästig. Wofür entscheidet er sich? Er wird nicht alles los, hoffe ich. Okay. Hat er einen... eine totale Distraktion? Nein. Komm, 3, Low-Row. Ja, nicht auf der, auf der... Ah, schade. Okay, was jetzt? Was jetzt? Okay. Ja, mein Leben ist jetzt ziemlich gering. Ich würde mal sagen, wir heilen uns. Schau mal, ich habe auch einen Ragnarok, du hast was da gesagt? Hast du noch einen Hex? Das war der zweite Gewittersturm, stimmt's? Ähm, dann dürften jetzt die Doppelgangster gut reinhauen können. An seiner Stelle würde ich Ragnarok es anhämpfen, weil sonst kriege ich wieder schöne Heilung. Äh, okay. Ja, gut. Daneben halt nicht. Hm. So, wie machen wir das am glücksten? Ich hau dich so, ich hau dich, hau ich dich? Ich buffle dich. Ich buffle dich. Ich... die buffle. Follow the rule. Die... Nee, doch dich. Dich kann ich ja nicht zerstören. Ich spiele dich. Ich spiele die Insect und die Insect und hoppe einfach mal auf Ragnarok. Na gut. Immerhin. 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 13 Leben. Er hat 5 Schaden, 8 Schaden, könnte er. Er hat 2 mal Spellpower, was sehr gefährlich sein kann. Aber kein Gewittersturm. Ein Hex. Das gefällt mir. Dadurch hat er mir ein Leben mehr gegeben. Ja, und jetzt sieht's schlecht für ihn aus. Oder? Uh. 4 Schaden. Er hat bisher keine Jade-Karten gespielt. Hm. Smuggler-Round. So. A Demo. A Demo. A Last Warning. Not in my house. Das... Das passiert. Und... Get them, boys. So. Schauen wir mal. Triple Gangster. Ultimative... Oh, shit. Oh, shit. Wenn das jetzt ein Lightning Bolt gewesen wäre, das wäre... Oh, ho, ho. Und auch noch ein Spellpower-Totem. Das wäre es gewesen. Das wäre es absolut gewesen gegen Hokage. Er hat auch gegeben. Tschö. Wir haben den Hokage besiegt. Wir sind jetzt Hokage. Oh. Okay. Sehr schön. Die Schande vom letzten Mal ist durch einen Winstreak wieder ausgebügelt worden und wir sind aufgestiegen. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020